Musik 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 Selbst von da kannst du abkürzen Hä? Also auf die Bäume hoch also Hier hin Hier gehts dann weiter Siehst du mich? Hallo Ey nicht hinfliegen Bitte? Geh mal da nach unten Warte 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 Oh Jetzt gehts auf die Bäume hoch Jetzt gehts auf die Bäume Warte folg mir einfach Hier so Und dann da Da Dann du geh da Und dann da und dann bist du nicht so nubig wie ich sondern gehst auf den Baumwipfel Hier Ja Genau Genau Jetzt gehst du da hin da hin Und jetzt kommen deine Lieblingsecksprünge Aufweck dich Geht der überhaupt? Warte pass auf Warte geh mal kurz weg Ich seh nichts Wir können ja davor noch so machen dann schlagen wir hier die Blätter weg So Hehehehe Und dann sind wir hier Du Juuu Oio Sag bloß du schon wieder verkackt Weiter geschraubt Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Oh Ich seh dich da hinten Ich seh dich Ich seh dich Und was trinkt denn jetzt? Du ruckelst schon wieder alter Da wisch nicht die Kackspinnen wie das sein alter Alter Jaaaa Mh dein Ernst oder was? Dein Ernst ja Bei Rüstung alter Lol was ist denn das? Lol das soll ein Huhn sein Ach du scheiße Ach du scheiße Aua 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 Ja schön Weiter gehts Waren wir hier nicht schon? Nein Nuller Nein das kommt mir für unbekannt vor Was laberst du? Ihr habt doch schon was schon mal so ein Ding im Kuchen war und da musst du irgendwie weiter runtergehen Nein wir waren hier noch nicht Sonst würde ich mich ja daran erinnern weil ich habe ja die Folgen Scheiße Ja vor allem du Ich habe die Folgen geschnitten Und? Ja ich guck die ganze die ganze Aufnahme nochmal an Warte was Wir waren hier noch nicht Das wäre die Map unnütz Unnütz Aha Oh Gott gehst damit runter Aber bitte keine Wassersprünge mehr Was ist denn das? Ah Ah Das ist Magma Das ist Magma Das ist Magma Das ist Magma Alter 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 ich bin tot Das ist Magma Das ist Magma Das ist Magma Das ist Magma Was ist Magma Jürgen Nein ich werde gleich wieder abgeschickt oder Ja die hören ja auch nicht Loll Achso ich hab keine Rüstung mehr Rüstungen Wie kommst du da hin? Wie komm ich jetzt da hin? Du hast nicht angestammt, oder? Doch! Fuck, wo war das? Wo war das? Ach da. Okay, das sind gerade keine, das ist nur einer. Ich auch da. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Kommt ja wieder da hoch, ey. Alter, die Mittleren, die machen ja ausschauen. Bullshit, du kacke Viecher, Alter. Ja, sicher? What? Oh, sehr gut, Patti. Was ist das für ein Schalter? Macht nichts Böses. Ach, gut, wir werden nur wartet, ich lieb, geht. Könnte ich erstmal unseren Sponsen setzen, oder so? Ja, wo denn? Ja. Echt, scheiße. Haben wir dann den Spons setzen können? Nein. Echt nicht. Aber, was ist das? Ja, ja, oder nein? Ja, für uns so, nur so. Meine ich so... Oh, ja, ich verschwinde fast rum. Oh, ja. Oh, nein, wir... Was? Warte mal. Den Teil kenne ich doch irgendwoher. Bullshit. Woher kennst du denn? Ach, ja. Ja, guck mal, hier ist ein Magma-Dings oben, Alter. Ach so, Alter. Da unten ist ne Kiste. Da unten ist ne Kiste. Aber ich geh da nicht runter. Oh. Hallo! Ich hab am wenigsten den Coin. Hahaha. Oh, ist das scheiße? Hä? Du willst jetzt alles wieder verhoben, oder? Du bist ja auch runtergesprungen, oder was? Boah. Alter, so viel Magma-Cubes, die hab ich noch nie gehabt. Alter, wie viel Damage du machst, wenn du direkt auf einen drauf springst. So ein Fettsack, weißt du, so ein Sack Kartoffeln fliegt auf dich drauf. So ein Sack Kartoffeln. Alter, uncool, bist du, hast du dich zu mir teleportiert? Nein. Aber ich bin da. Bist du da? Warte, ich muss erst mal weg, weiter runter. Warte, ich bin echt... Oh, zocker. Äh, ich bin teleportiert. Ja, geh. Teleportiert, aber schnell! Wer ist das jetzt? Ich hab eineinhalb Herzen, Mama! Äh, dann sterb. Lass dich sterben. Ja, lass dich sterben, vor allem. Nö, ich mach jetzt die Challenge. Angeh. Stamm. Bullshit! Oder so. Oh, oh, ja, oder so. Ups. Sind's wieder ein... Das sind alles Einzelsprünge. Oh, ich will so ein Kack-Stinger, alle, wo du gleich hier losdrehen musst du das Ding. Ja, nein, der zieht der Legit. Oh, nein. Oh, ja, oh! Oh, scheiß. Oh, ja, oh, ich hab's geschafft. What the fuck? Alter. Oh, die muss auch gut haben. Ja, lol. Alter, wie kommt der da hoch, bitte? Äh, da gespawnt, hochgesprungen, keine Ahnung. Der springt da hoch, das sind fünf, vier Blöcke. Ja, hallo, das sind fünf Blöcke Monster oder so. Ich hab auch, wie fettes Teil ist. Boah, warte mal auf mich, ich blick den Scheiß hier immer wieder nicht. Ist doch Bullshit. Äh, hä, das sind ganz immer ne Einzelsprünge und ich schaff die nicht. Die ersten zwei nicht. Äh, die erste nicht, die zweite nicht. Doch, sind alle, Alter, wie der mir den letzten Block wegzieht. Der zieht mir den immer weg. Na, boah, ich war so gut. Ich war so gut und dann verkackig. Oh, das ist ja, ich war so gut. Vielen Dank.